Hey Leute, hier ist wieder euer Grimm und es ist wieder Card Rating Zeit. Entschuldige die lange Wartezeit, aber mir ist letzte Woche leider was dazwischen gekommen. Aber dafür legen wir jetzt gleich los. Dieses Mal inspizieren wir in unserem Card Rating Thysing, Magierin des Heiligen Windes. Wer schon mal eins unserer Card Ratings gesehen hat, weiß wie es funktioniert. Für die, für die das erste Card Rating ist, wiederhole ich nochmal die Grundzüge. Wir schauen auf vier Werte, auf Angriff, Verteidigung, den Effekt der Karte und wie einfach und wie gut sie zu beschwören ist. Danach vergeben wir Punkte dafür, schmeißen das Ganze in unsere patentierte Mega-Ultra-Mega-Formel. War das jetzt zweimal Mega? Egal. Und danach bekommt die Karte einen angemessenen Score und wir schauen, wo sie im Vergleich zu anderen Karten steht. Und wir legen gleich los mit dem Angriff. Halt, Stopp, Kommande zurück, immer ruhig mit den jungen Pferden. Eins noch vergessen. Falls euch das Artwork komisch vorkommt, das ist eine Promo, die 2015 in den USA rausgekommen ist, mit einem Alternativ-Artwork. Leider ist noch nicht bekannt, wann diese Variante bei uns rauskommt. Jetzt aber wirklich die Angriffskraft. Sie hat 500 Angriffspunkte. Das ist für einen Stufe-3-Resonator eher... Näh! Kann also schon an manchen Stufe-2-Resonatoren scheitern. Ist damit zum Angriff nur bedingt geeignet. Und bekommt für diese auch nicht wirklich starke Leistung auch nur fünf schlappe Punkte für den Angriff. Lassen wir uns am Blick jetzt weiter schleifen von den Angriffspunkten. Rüber zu den Verteidigungspunkten sieht es schon besser aus. Dort wartet sie auf mit 700 Verteidigungspunkten. Damit kann sie schon ein Großteil der Stufe-3 und 2 Bedrohungen effektiv blocken, ohne selbst das Zeitliche zu segnen. Kann auch ein paar Stufe-4-Bedrohungen schon Paroli bieten und ist insgesamt für ihre Kosten schon doch recht verlässlich einsetzbar. Deswegen bekommt sie für ihre netten Verteidigungswerte sieben Punkte. So Freunde, das war die Pflicht. Kommen wir jetzt zur Kür. Dem Effekt. Und der ist ganz beachtlich. Ankunftseffekt. Und verhindere allen Schaden, den ein Resonator deiner Wahl in diesen Zug zufügen würde. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Aber durch ihre Schnellzauber-Beschwörungsfähigkeit können wir das auch im gegnerischen Zug nutzen. Indem wir sie im gegnerischen Zug beschweren und ihre Ankunftsfähigkeit ausgelöst wird. Ich denke mal, so viel ist klar. Und das macht sie so besonders. Egal ob wir gegen Bedrohungen wie zum Beispiel ein armen Ohabakiri kämpfen. Egal ob wir gegen andere starke Beatdown-Bedrohungen kämpfen. Oder ob wir gegen jemanden spielen, der einen vergifteten Apfel einsetzt. Oder auch gefährliche Kombinationen. Oder, oder, oder. Jeglicher Schaden dieses Resonators in dieser Runde wird genullt. Einzige Ausnahme bei dieser Geschichte ist, wenn Schaden schon ausgeteilt wurde und schon verrechnet wurde. Das heißt, ihr habt gesagt, ja, den Schaden nehme ich, ist okay, ziehen wir von meinen Lebenspunkten ab. Und danach fällt euch erst im nächsten Schritt ein, ach, da warte was, ich könnte Fiesing beschwören. Dann ist zu spät. Es muss innerhalb der passenden Parameter, innerhalb der passenden Zeit geschehen. Das heißt, es muss in einer Kette funktionieren, in einer Kette aufgelöst werden, um Schaden aktiv zu verhindern. Was verrechnet ist, ist leider schon geschehen und zu spät. Und zu all dem Überfluss hat diese Karte noch einen zweiten Effekt. Weil ja, Windresonatoren und Elfendecks und generell Winddecks ja echt immer Probleme haben mit ihrem Willen. Ist ja nicht so, als gäbe es Gredel und Elfenpriester und, und, und. Also hat Fiesing, aus Mitleid wahrscheinlich, noch einen Effekt gekriegt. Und zwar kann sie durch Tappen einen Willen jeglichen Attributs erzeugen. Das heißt, jegliches Attribut bedeutet alle, außer generisch und Mond. Fiesing besitzt keine Schnelligkeit. Das bedeutet, auch diese Fähigkeit könnt ihr erst in dem Zug, nachdem ihr sie gespielt habt, einsetzen. Da ihr sie aber durch die Fähigkeit, die wir jetzt in der gleichen Beschwörung nochmal ansprechen werden, in eigentlich jedem Zug beschwören könnt, heißt das, ihr könnt direkt im angrenzenden Zug gleich schon wieder Mana mehr haben. Für so viel Effekt-Dreistigkeit gibt es dann auch satte zwölf Punkte. Zu guter Letzt bleibt uns dann wie immer die Beschwörung. Sie kostet insgesamt drei Willen, zwei Windwillen, ein generischen. Dafür alleine würde sie nur sieben Punkte kriegen. Aber jetzt kommt noch ihr beschwörungsbetreffender Effekt, den wir mit der Beschwörung reinnehmen. Schnellzauber. Du kannst diese Karte immer dann beschwören, wenn du auch einen Zauber sofort ausspielen kannst. Das bedeutet nicht nur, dass wir sie auch im Zuge des Gegners ausspielen können. Das bedeutet in Kombination auch, dass wir sie innerhalb von laufenden Ketten ausspielen können und ihr Enter-Ability, ihre Ankunftsfähigkeit, mitten in Ketten lossprengen können. So, dass diese Ankunftsfähigkeit mit in der Kette verwurstet wird, um wir erst diese immense Chance haben, Schaden zu verhindern. Und da das uns natürlich noch nicht reicht, gibt es noch ein kleines Loophole, eine kleine Lücke in den Forst of Hell Spielregeln. Und zwar können Resonatoren in dem Zug, in dem sie beschworen werden, nur nicht angreifen und ihre Tab-Fähigkeit nutzen. Aber sie können blocken. Ich halte es für ein Loophole. Andere sagen es so gewollt. Im Grunde genommen ist es auch total egal, denn sie kann es und sie darf es. Das kann dann auch schon mal mitunter zu lustigen Situationen auf dem Schlachtfeld führen. Zum Beispiel, dass euer Gegner mit einem starken Angreifer einen Angriff deklariert. Ihr in Reaktion einfach mal eure Fiesing beschwört, durch ihren Ankunftseffekt den Schaden des gegnerischen Angreifers auf Null setzt, gleichzeitig mit Fiesing diesen Resonator blockt. Fiesing stirbt definitiv nicht, da der Gegner keinen Schaden macht. Und wenn ihr Glück habt, hat der gegnerische Resonator nicht mal 500 Verteidigung und dafür geht der in den Friedhof. Ihr seht, mit dieser Schnellzauber-Beschwörungsfähigkeit ist jede Menge Schabernack möglich und das zahlt sich meistens zu eurem Vorteil aus. Deswegen bekommt sie nochmal vier Bonuspunkte bei der Beschwörung obendrauf und ist dann bei insgesamt elf Punkten. So Freunde, dann bleibt uns nur noch der Gesamtscore. Wir schmeißen wieder alles in unsere Formel, rütteln und schütteln ein bisschen und schauen, was dabei rauskommt. Und es sind 52 Punkte. 52 von 100 Punkten sind wirklich eine Menge. Und jeden einzelnen Punkt hat Fiesing sich auch verdient. Sie ist in so vielen Decks einsetzbar, egal ob es Elfen sind, ob es Control ist, ob es nur ein Tick grün ist, ob es komplett grün ist. Gerade gegen die heutigen Decks, die alle auf sehr starke und sehr einfach zu beschwörende Monster setzen, sei es Blazer, sei es Gilderay, sei es Mephistopheles, dass alle diese Monster können eine richtig böse erwischen, wenn man einmal nicht aufpasst. Und genau da greift Fiesing ein. Auch wenn wir die Monster nicht aufhalten können, wir können jeglichen Schaden in dieser Runde verhindern. Für die Kosten von drei gibt es obendrein dazu noch einen Resonator, quasi im Rundum-Sorglos-Paket. Und als Gratis-Bonus gibt es dafür noch eine Tab-Fähigkeit, die uns auch noch jegliches Willen-Attribut erzeugen lässt. Was will man mehr? Ja, mit diesen 52 Punkten ist unsere Fiesing ganz knapp auf Platz 3, hinter Mephistopheles mit 55 Punkten und der Grinsekatze mit dem Top-Score von 59 Punkten. Das war es mal wieder vom Card-Rating heute, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich Daumen runter. Über Kommentare und Verbesserungsvorschläge freue ich mich immer. Und wenn ihr kein Video zu Force of Will mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den GrimPlays-Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Grim.